Kannst du vielleicht Sakura zeichnen? Viele von euch haben sich Sakura gewünscht. Sakura ist ein sehr temperamentvoller Charakter. Sie mischt sich gerne überall ein. Doch wenn es um ihre Freunde oder ihr Team geht, ist sie immer sehr hilfsbereit. Sie ist stärker geworden, um anderen zu helfen. Ich habe Farben benutzt. Die finde ich sehr gut zu ihrem mädchenhaften Charakter passen und zu ihren Heilerfähigkeiten. Was haltet ihr von Sakura? Schreibt das mal unten in die Kommentare rein. Wie findet ihr das fertige Bild? Und was soll ich als nächstes zeichnen?